Ich bin Peter Helfenstein von Hergiswil. Ich bin freie Mitarbeitende bei Willisauer Bot. Dadurch, dass Betu die Mitarbeitenden vorstellt, bin ich dabei. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie das ging. Auf jeden Fall arbeite ich schon sehr lange für Betu. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich für die Dorfzeitung in Hergiswil auch schreibe und vereinzelte Beiträge an Betu geschickt habe. Dann wurde mir auf mich aufmerksam. Das Beste an dieser Arbeit gefällt mir, dass ich unter die Leute komme, dass mein Hirn geistig frisch bleibt und weil es mir einfach Freude macht am Schreiben. Plus auch das Fotografieren, weil ich Hobbyfotograf bin und es zu einem geschriebenen Text gehört auch ein gutes Bild.